Hallo, mein Name ist Tobias und in diesem Videokurs werden wir uns Apache Camel ansehen. In 15 Videos werden wir diese Enterprise Integration Route aufbauen, die Symbole und die Features von Apache Camel verstehen lernen. Ich will jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, was diese Route macht. Zusammengefasst nimmt sie so ein JSON-Objekt entgegen. Dieses JSON-Objekt repräsentiert eine Bestellung und wir werden dieses JSON-Objekt in unserer Camel Route verarbeiten und dann an zwei Speditionen weiterleiten, also sprich an externe Systeme. Technisch gesehen werden wir in den 15 Videos alle möglichen Features von Apache Camel kennenlernen und dadurch einen relativ guten Überblick darüber kriegen, was Camel für uns leisten kann. Aber steigen wir doch direkt einfach ein. Ich habe hier mal Eclipse Neon in der JEE-Variante heruntergeladen und entpackt. Wir verwenden Eclipse als Entwicklungsumgebung und Maven, um unser Projekt zu bauen. Mit Maven ist es eigentlich egal, was man als Entwicklungsumgebung verwendet. Maven lädt uns automatisch alle Bibliotheken herunter und das heißt, wir müssen nichts weiter installieren. Wir machen jetzt also sozusagen eine Hello-World-Programm in Camel. Dazu wähle ich File, New, Maven-Project. Klicke dann auf Next und dann auf Add Archetype. Und hier laden wir uns jetzt erstmal ein Archetype von Camel runter. Man muss sich jetzt gucken, dass man sich hier nicht vertippt. Der heißt org.apache.camel.archetypes. Und der Artifact-ID ist Camel-Archetype-Java. Und die Version ist die letzte Version von Camel. Das kann man googeln. Man gibt einfach Maven Camel ein und klickt hier zum Beispiel auf Camel Core. Und sieht dann hier, dass die Version 2.17.1 die aktuelle ist. Das nehme ich mal mit und füge das hier ein. Dieser Archetype, den wir uns jetzt hier runterladen, das ist sozusagen eine Projektvorlage. Ich klicke die jetzt an und wähle Next. Und jetzt müssen wir für unser Demo-Projekt einen Namen vergeben. Der Name setzt sich auch wieder aus der Group-ID und Artifact-ID zusammen. Die Group-ID lasse ich mal auf der Group-ID unserer Firma, also de.predicate. Und die Artifact-ID wähle ich einfach mal als Camel-Demo. So, die Version lasse ich so und klicke einfach mal auf Finish. Ja, der Archetype hat uns jetzt hier ein Demo-Projekt angelegt. Dabei ist jetzt hier in SRC Data, hat er uns XML-Nachrichten schon reingelegt zu Demo-Zwecken. Da wir aber JSON verwenden wollen, entferne ich die mal gerade mit Delete und wähle OK. Und jetzt habe ich ein Git-Repository mal aufgesetzt. Das nennt sich Membrane-Camel-Introduction. Und da sind im Ordner Sample Messages, habe ich drei JSON-Nachrichten vorbereitet. Die habe ich auch schon runtergeladen, die liegen jetzt hier. Und da ziehe ich einfach mal die erste in den Data-Ordner rein, drücke jetzt Steuerung und lasse das los, damit er kopiert. Und drücke dann auf OK und dann haben wir diese Beispiel-Nachricht hier drin. Gut, schauen wir uns die Camel-Route an. Die Camel-Route befindet sich hier unter src-mainjava.de-predicate-camel-demo in myRoute-Builder. So, mach das mal groß. Und hier hat der Archetype uns schon eine längere Route reingebaut. Dann nehme ich den ganzen Rest hier mal weg und lasse nur den allerersten Schritt da. Der allererste Schritt ist from file src-data. Das heißt, der liest Dateien aus dem Verzeichnis src-data ein. Und als Verarbeitung gebe ich einfach mal log body an und das war's. Wenn wir jetzt diese Route mal betrachten, dann würde die jetzt in Symbolen dieser Route hier entsprechen. Das heißt, wir haben hier einen File-Konsumer, der liest wie gesagt Dateien aus einem Verzeichnis ein. Und der zweite Baustein, der hat kein eigenes Symbol, der lockt einfach die Nachrichten auf der Konsole wieder raus. Schauen wir uns den mal in Aktion an. Dazu starten wir das Programm. Ich klicke hier mit rechts auf Main App, wähle dann Run As und Java Application. Und wir sehen, dass Camel startet und jetzt hier die Nachricht verarbeitet, indem er sie einfach auf der Konsole ausgibt. So, ja, das hat funktioniert. Jetzt ist es allerdings so, dass unser Programm tatsächlich noch läuft. Das heißt, Camel ist noch aktiv. Und das heißt, wenn ich jetzt eine weitere Nachricht nehme, zum Beispiel die zweite hier, und die auch in das Data-Verzeichnis reinlege, dann wird jetzt die zweite Nachricht verarbeitet. Wir sehen jetzt hier die zweite Bestellung. Die kommt jetzt wiederum aus Tübingen und die wurde auch verarbeitet. Gut, der No-Op-Parameter hier oben, der sagt aus, dass die Nachrichten, die verarbeitet wurden, hier tatsächlich auch liegen gelassen werden sollen. Das ist vor allem für Debugging-Zwecke cool. Denn ich nehme jetzt mal die zweite Nachricht nochmal weg. Wenn ich jetzt das Programm mal anhalte hier und nochmal starte, dann wird jetzt diese Nachricht, die da jetzt liegt, nochmal verarbeitet. Und das ist eben sehr praktisch zu Debugging-Zwecken, dass jedes Mal, wenn ich mein Programm starte, diese Nachricht, die hier rumliegt, verarbeitet wird und ich testen kann, was damit passiert. Gut, machen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Und zwar fügen wir jetzt noch einen dritten Baustein an, an unsere Route. Und zwar ein File-Producer. Wir schreiben die Nachricht, nachdem sie rausgeloggt wurde, einfach wieder in ein anderes Verzeichnis jetzt raus. Das baue ich mal ein und schreibe hierhin to File-Dest. Und dabei ist Dest genau der Name des Verzeichnisses, in das wir schreiben. Ich speichere das ab mit STRG-S, halte das Programm an, starte das nochmal neu. So, und wir sehen, die Nachricht wurde schon verarbeitet, denn sie wurde ja auf der Konsole ausgegeben. Allerdings sehen wir noch kein Dest-Verzeichnis. Das liegt daran, dass Eclipse unser Projekt noch nicht aktualisiert hat. Deswegen klicke ich das an, drücke F5 und jetzt sehen wir hier das Dest-Verzeichnis. Und hier ist die Nachricht, die da wieder reingeschrieben wurde. So weit, so gut. Gut, das heißt, wir haben jetzt mit Camel eine 1 zu 1 Kopie unserer Nachricht erzeugt. Gut, Camel kann jetzt natürlich noch wesentlich mehr und hat mehr Features, aber das sehen wir in den kommenden Videos.